Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, Porsche Cayra GTS von meinem lieben Sponsor Akram Hassan gegen ein E63 S. Die zwei Superlative der Motorsport-Abteilung. Allerdings, ja, 140 PS Unterschied plus, keine Ahnung, 500, 600 Kilo mehr. Aber ich bin mal gespannt, ob ich das meistern werde. PSP Sport, das klingt schon mal gut. Okay, ich bin soweit. Komm, 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 komm. Ich darf nicht verlieren, ich darf nicht verlieren, ich darf nicht verlieren. 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 dieses auto jedes mal aufs neue wenn ich so faszinierend fasziniert von diesem fahrzeug das kann doch nicht normal sein so das haben wir gerade abgemacht akram und ich sitze jetzt in dem in dem 63 und er fährt den porsche und damit ich mal gespannt wie das aussehen wird so einmal rüber switchen so so rollen 50 ich hatte die kamera gerade nicht an ich hätte das so gerne aufgenommen die reaktion wie wir beide gelacht haben ich bin ich bin oder sportlich so muss das laufen meine fresse so nicht anders mein freund so und nicht anders mein freund so leute das war das duell e3 und 6s gegen den porsche kaira gts wird tatsächlich sehr überreicht sehr sehr überreicht okay eben habe ich ja ich glaube gewonnen jetzt wieder gewonnen mit zwei verschiedenen autos geil das war auch echt geiles du so leute das war wieder eine ausgabe von car race mein name es kamen aufste bis bald